Moin Leute, jetzt hätte ich es fast verpennt, weil ich tierisch viel um die Ohren habe, aber es wird eine interessante Woche für mich. Es geht in den Schnee, ich treffe die Snowboarderin Ramona Hofmeister und es geht aufs Eis, zum Eiskunstlaufen. Nein, ich treffe Johannes Lochner, Bobfahren ist angesagt. Und wenn ihr Fragen habt an die Sportler, also an die Ramona oder an den Johannes, zu Snowboarden bzw. Bobfahren, dann raus damit, postet das hier unter diesem Beitrag und ich leite die Fragen weiter und sie kommen bei Let's Challenge Bushi in die Sendung. Kannst du dir nicht ausdenken. Wir sehen uns. Tschüss.